Das machen wir jetzt noch nicht so Gedanken. Das ist schlussendlich der Trainer, der entscheidet, den er mich will haben. In erster Linie bin ich froh, wenn ich auf dem Platz stand, ganz klar. Ich möchte natürlich auch Verantwortung übernehmen, vorne weglaufen, in welcher Position auch immer. Das wird man sicher in der Vorbereitung miteinander diskutieren und dann sicher auch eine super Lösung für beide finde. Vorne weglaufen, ist es auch Ihr Ziel, mal Captain zu dieser Mannschaft zu sein? Das Ziel kann es nie sein. Wenn Marek noch zehn Jahre hier bleibt und einen guten Job macht, dann darf er von mir aus zehn Jahre Captain bleiben. Es ist so, dass ich natürlich nicht Nein sagen würde, wenn man mich eines Tages fragen würde, ganz klar. Aber ich verstehe mich sehr, sehr gut mit dem Marek und ich bin überzeugt, oder ich weiss, dass er einen super Job auch macht als Captain. Darum ist das für mich jetzt noch nichts, wo ich mir grosse Gedanken darüber mache. Und was gehen Sie als konkretes Ziel für Druckrunde bekannt? Ja, der Meistertitel. Also ich glaube, das sollte jetzt auch nicht absolut eine Überraschung sein, wenn ich als FCB-Spieler sage, ich möchte einen Titel holen. Und nebenbei haben wir natürlich mit Coppa und Champions League immer noch zwei Wettbewerb, wo wir auch mit dabei sind. Und wo wir auch alles werden geben, damit das Reischen ein wenig weiter kommt.